Was passiert hier denn? Wieso liegt auf... Wieso ist mein Teppich dreckig? Gebt man. Warum sind alle hier? Wieso bist du hier? Ein kleines Geschenk für sie. Ein Geschenk? Ein Geschenk? Richtig. Er weiß, was ich mag. Hab ich schon wieder Krieg? Hab ich was verpasst die letzten Tage? Ähm, sollen wir es mal so sagen. Wir haben die Kali-Steuer ausgeschüttet. Und viele Leute waren aber nicht einverstanden, unter anderem ihr. Also passt das sowieso sehr gut gerade. Was zum Teufel ist eine Kali-Steuer? Ja, eine Steuer, die ihr bezahlen müsst. 350.000 die Woche für euch und 100.000 für Banden. Also renoviert ihr damit Straßen und baut Krankenhäuser? Tatsächlich ist es so, dass die Leute, die gestern die Kali-Steuer bezahlt haben auf der Taftrunde, das waren vier Familien, sie wussten es natürlich nicht. Und am Ende habe ich gesagt, letzte Chance. Und als dann die anderen dazu da bleiben wollten, dass sie nicht die Kali-Steuer zahlen, der Sinn der Sache war, die Leute, die bei mir Kali-Steuer gezahlt haben, kriegen jetzt die Waffenpreise für die Hälfte des Preises. Oh, du hast den Sinn hinter Steuern nicht verstanden. Wo hast du den Sinn hinter Macht nicht verstanden, Mindest? Wenn man Produkte für die Hälfte des Preises bekommt, wenn man Steuern zahlt, dann würde ja jeder Steuern zahlen. Tja, und das ist so. Und deswegen habe ich es vorher nicht gesagt, weil es sonst jeder gemacht hätte. Und um getötet. Da habe ich gestern zu sagen, genauso ins Gesicht gesagt. Wer denn noch? Wer sind die anderen beiden? Oh ja, die Gashis, die... Wie heißen die anderen nochmal? Die neue Familie von Fedde. Ach, das war... Moment, Moment, das waren sogar mehr als vier. Kleinen Moment, ich muss mal schauen. Die neue Familie von Fedde hat bezahlt, die Blatts haben bezahlt, die Rocker haben bezahlt, die Neuen. Mhm, 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 und die LCN. Ja. Und die Bankers. Sind ja einige Fotzen in der Stadt. Ja, oder einfach nur schlaue Leute. Sehr schlau. Oh ja, genau, Bankers auch. Sie, Hermano? Ähm, OG ist hier draußen, die wollen irgendwie mit denen reden und Bolas auch. Was ich meinte, zu reden. Ja, beide rein, beide rein. Hinten auf die Terrasse einfach, oder? Ja. Könnt ihr einmal Mendez hinter mir auf die... in der Nähe vom Lagerfeuer packen? Er muss ja jetzt nicht in den ganzen Boden versiffen. Hinter mir ins Lagerfeuer. Hinter mir ins Lagerfeuer, Hermano. Oh, schön warm ist. Es wird kalt. Genau richtig. Können wir dich jetzt schon mal einäschern, oder, Mendez? Aus der Asche entspringt der Phönix. Ja, 100%. Ich glaube, du brauchst therapeutische Hilfe. Der eine denkt, er ist ein Phönix, mir da der andere denkt, er ist 666 Jahre alt und der andere denkt, er wäre Montana Black. Was mit Isco? Isco mag ich, gegen den fronte ich nicht. Wieso, willst du, dass ich Isco beleidige? Merde. Ich wollte nur sicher sein, dass du nichts vergisst, alter Mann. Oh, okay, natürlich, ja, gut. Halat! Was kann ich für dich tun, Halat? Stark. Ja, bueno. Halat? Ich glaube, der hat ein paar Probleme. Der hat definitiv ein paar Probleme im Jerta. Immerhin hat er Mendez entführt. Rio, hat euch jemand gesehen? Nein, aber ich bin nicht Rio. Wer bist du dann? Ich bin der Bruder von ihm. Willst du in unsere Familie? Nein, ich bin auch nur kurzfristig hergekommen. Ich nehme Halat nur, wenn du mitkommst. Haben wir noch einen Mediziner? Nein, nein. Warum werde ich dann stabilisiert? Das kann ich dir nicht sagen. Bitte noch mal was, Mr. Wittkein? Doch, wisst ihr was? Hol mal einen Mediziner. Wir halten Mendez heute den ganzen Tag bei uns. Machen Dispatch. Und jemand von euch muss mir bitte einmal eine Leine besorgen. In der Stadt geht es sowieso nicht so viel. Wieso? Dann sorgen wir doch dafür, oder? Nicht mal das! Ah, Vitu Majestics hat gerade 350.000 bezahlt. Aber Majestics aufschreiben, die kriegen definitiv nicht die Hälfte von den Waffenpreisen. Nee, 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 nee. Nur die gestern bezahlt haben. Die habe ich schon nicht in der Familie. Ich werde immer reicher. Die anderen werden immer scheißer. Ich schlage denen in die Fresse. Nächsten Tag steht es in der Presse. Oh, warte mal. Unmögliches Antitalent. 23 Uhr 1. Er hat es schon gestern bezahlt. Warte mal, wirklich? Die haben es gestern bezahlt. Aber ist das bevor sie schlafen gegangen sind oder nicht? Weil das ist wichtig jetzt. Check das mal ab. Wie soll ich das abchecken? Sie müssen sagen, wann sind sie schlafen gegangen. Das kann ich dir nicht sagen, Lightcoin. Du musst auch wissen, wenn du mich schlafen gelegt hast. Ich habe sie zugedeckt, aber habe nicht auf Uhr geguckt. Ja. Hallert. Hallert! Mr. Wittkein, ja. Ich höre auf, ich frage dich die ganze Zeit etwas. Du antwortest mir nicht. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme. Tut mir leid. Mit was? Mit deiner Frisur? Das habe ich immer, ja. Sehr gut. Macht ein Dispatch, Romanos, für mir das? Also. Ähm. Genau. Hallert, was kann ich für dich tun, Romanos? Äh. Es ging um die Sache von letztes Mal. Ich habe mich ja bei euch vorgestellt. Ich würde mich gerne bei euch beweisen. Was es auch kostet. Ich bin bereit, es zu tun. Äh, nein, er bleibt hier, die sollen ihn hier hochheben, Manisa. Äh, alles, du bist aber alles zu tun? Natürlich. Pinkel Mendez an. Äh, natürlich. Jetzt, wo er am Boden liegt, oder? Nein, nein, nein. Ach so, okay. So was machen wir nicht. Aber du wärst bereit dazu, richtig? Natürlich, natürlich, sofort. Auch in den Mund? Natürlich. Das würde mir tatsächlich schon reichen, sogar um dich zu nehmen. Das mache ich gerne. Gerne? Natürlich, ja klar. Gerne ist ein bisschen gesteigert. Wieso? Naja. Sehr gut. Fessel erstmal, Mendez. Okay, kein Problem. Wow. Ach so, der ist schon gefesselt. Sehr gut. Ja, setz dich ruhig, Mendez. Das Niveau sinkt immer weiter, Bitcoin. Dann lass uns das oben halten, Mendez. Na dann, bin ich gespannt. Außenweg, Schlampe. Logo, du schlägst zu wie ein Mädchen. Also, wenn er zuschlägt wie seine Madre, sie war ein Mädchen, dann kann sein, dass du nie wieder aufstehst nach dieser Faust. Keiner war so stark wie Locos Madre. Du schlägst zu wie ein Mädchen, ich bin Zyklop. Zyklop. Das ist sogar ein Kompliment für Locina. Ich kenne deine alten Huren nicht. Wieso kennst du sie nicht? Woher denn? Das ist absolut falsch. Einmal warst du sogar tatsächlich mit ihr im Bett. Du hast sogar zwei Kinder mit ihr, du weißt es noch nicht. Ich hatte noch nie was mit einem Zyklop. Sie hat dich 100 Millionen Prozent einmal im Titi Twister, im Unicorn, hat sie dich unter Drogen gestellt und ist dann mit ihr getrieben. Ich habe noch nie im Titi Twister. Ich habe noch nie im Titi Twister. Doch, doch. Du hast zwei Kinder mit dir. Nein. Sie. Nein. Ich teile deinen Fettisch zu Zyklop nicht. Sie war nicht so. Erst als ich Schluss gemacht habe, hat sie leider, leider von einem auf den anderen Tag 950 Kilo zugenommen. Davor hat sie 48 Kilo gewogen. Geht es gerade um meine Mutter oder um Sergio, die Mutter? Nein, nein, um deine Madre, Lokina. Sergio's Mutter kenne ich nicht. Muy bien. Wie schon. Also wie gesagt, Loko, du hast noch zwei Halbbrüder und dein Stiefvater ist Mendez. Mein Stiefvater? Ist dieser Bastard da? Tatsächlich hat deine Madre ihn gegen seinen Willen bestiegen. Was soll ich sagen? Sie war halt immer schon so, wenn sie etwas will, holt sie sich das. Und sie hat sich Mendez geangelt. Sie hat ihn gepackt. Hey du, Zenila, hörst du dir eigentlich zu, was du redest? Was denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten 20 Gesprächen mit dir kommt nie was Vernünftiges dabei raus. Du redest seit 5 Minuten davon, wie fett deine Ex-Frau ist. Wen interessiert das, du Idiot? Das ist nicht korrekt, dass du so über sie redest. Fette Menschen sind Menschen mit Gefühlen. Und sie können daran was enden, wenn sie wollen. Muy bien, und weiter? Was meinst du? Ich offenbare dir gerade meine alte Liebe. Setz dich hin, Mendez. Ich werde dir noch deine zwei Söhne bringen. Tatsächlich ist eine sogar als... Handzehnen sind zu fest dran. Oh, deswegen kann man sich nicht setzen? 3D. Okay, okay, no problem. Ähm, bueno. No problem. Bist du noch verheiratet mit Frau Ivanov-Mendez? Frau Mendez? Als sie mich angebaggert hat, war sie noch Ivanov. Muy bien. Ähm, was wird das? Bitcoin? Ich möchte gerne meine 350.000. Nimm ihn in die Fesseln, Appalat. Natürlich. Äh, Entschuldigung. So, jetzt. Sehr gut. Jetzt kann man ja reden wie Menschen. Ja, ja, klar, 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 klar. Also gut, was willst du? Ich möchte gerne meine 350.000. Meine Kali-Steuer. Dann ist dir hoffentlich bewusst, dass du niemals Lukina wiedersehen wirst. Ich scheiß auf Lukina. Du scheißt auf deine Ex? Si. Ich werde mit diesem Opfer leben können. Sehr gut. Dann ist das so. Aber, ich hoffe, du bist dir bewusst, Romano, du wirst einen Krieg entfachen. Und ich hoffe, diesen Krieg werdet ihr alleine führen. Äh. Er hat zugegeben gerade. Wenn du einen Krieg entfachen willst. Wie viele? Dann kannst du das gerne machen. Ich möchte keinen entfachen. Ich möchte einfach nur mein Recht haben. Was ist dein Recht? Die 350.000? Ey, lass uns. Die 350.000 sind nicht dein Recht. Sind es nicht, Porke? Weil das schon wieder ein Irrsinn von dir ist. Ein Irrsinn? Wirkst du nicht. Ich verstehe. Sehr schade. Woher noch? Mr. Witkosch, reden Sie leise. Ein Mendes-Auto kommt wieder besitzt hier, ne? Mhm. Ist beim Anwesen bei uns gerade. Sehr gut, dann hol die hier rein. Ein Auto von... Ja, ja, hol die hier rein. Ein Auto von dir. Kommt gerade hier her, Mendes. Ich scho. Ich hab nichts dabei. Ich mach dir einen Vorschlag, Mendes. Willst du nur hören? Ich höre. Rauchst du? No. Gut. Dann musst du mich entschuldigen. Ich biete dir, was du willst. Sicher, dass du nicht raus bist aus Kolumbien? Ich habe aufgehört mit Paffen. Ich habe es satt, der Sklave einer Zigarette zu sein. Der Sklave meiner Sucht zu sein. Ich habe es satt. Ich hab mich dafür entschieden, es nicht mehr zu tun. Aber du kannst dich jetzt entscheiden, das Richtige zu tun, Mendes, indem du... Marcel Heeres aus deiner Familie blattartest. Dann fängst du mit dieser Scheiß an. Äh, hast du eine neue Schallplatte? Das habe ich noch nie zu dir gesagt. Nein, es geht bei dir immer ums selbe. Familie, Blattart, ihren Schiff in den Kopf. Wenn überhaupt nur das Gleiche. Es ist langweilig. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ein vernünftiges Gespräch gewählt? Ohne so einen Scheiß. Dann führ du gerne das Gespräch, Anderle. Zeig es mir, Meister. Lomi, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank, Lomi. Vielen, vielen Dank. Ich möchte sie, weil ich mich in der Lage befühle, dies zu fordern. Und ich sehe euch nicht in der Lage, dies zu verneinen. Das ist mein Argument. Also rein der Willkürle liebend, würdest du jetzt gerne 350.000 von uns haben. Willkür nicht. Ich werde damit Waisenhäuser und Krankenhäuser bauen. Das Einzige, was du damit zeigst, ist, dass dieser Statusfotzen besteht. Mhm. Wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, das ist meine Position. Und jemand fordert von dir eine Steuer im Namen von irgendeiner Familie. Dann weißt du, genauso wie ich das weiß, dass du der letzte wäre, der das bezahlen würde. Und das ist wieder Beweis dafür, dass du nur so sein willst wie ich. Ja, du hast recht. Ich würde sie niemals bezahlen. Nein. Und aus diesem Grund willst du auch nicht bezahlen. Weil du dir denkst, was würde mir Slavitke jetzt tun in diesem Moment? Und es ist wieder die Schallplatte. Nein, lass mich mit Schallplatten in Ruhe, Hermano. Jeder normale Hand für eine Familie zahlt diese Steuer nicht. Und jeder, der das bezahlt, beweist sich selber und seiner Familie, dass er für die Führung nicht geeignet ist. Du hast dir gerade so ein Eigentor gegeben in das. Aber nur Problema. Ich sag dir eine Sache. Ich hätte das niemals unter keinen Umständen bezahlt. Natürlich nicht. Aber nur weil ich etwas nicht bezahlen will, gibt es dir nicht das Recht, auch nicht zu zahlen, denn du bist nicht in meiner Situation. Ich klatsche euch tot. Was tust du? Ich klatsche euch tot. Mit einer Fliegenklatsche. Jetzt erregest du auch noch, WD. Dein Niveau ist gesunken, Bitcoin. Deins ist viel, ja. Dein Niveau ist deutlich gesunken. Lass das mal meine Sorge sein, Hermano. Lass das mal meine Sorge sein. Ich werde die größte Fliegenklatsche rausholen, die ihr je gesehen habt. Und ich klatsche euch so dick an die Wand, Hermano, dass du nicht mehr weißt, wie du davon loskommst. Ich find's gut, dass du wenigstens weißt, dass du die größte dafür benötigst. Es sind ja auch mehrere Familien, die ich klatschen muss. Kutsch. Kutsch. Oh ja. Diese verdammte Klatsche werdet ihr den ganzen Tag hören. Vermutlich die ganze Woche. Vielleicht den ganzen Monat. Vielleicht das ganze Jahr. Wer weiß. Wer weiß. Zahlt ihr mir meine 350.000? Ich hab eine Frage an dich, Bitcoin. Die wäre? Wie viele Fremdsprachen sprichst du? Deutsch. Arabisch. Das war's. Das heißt, neben Spanisch sprichst du noch... Deutsch und Arabisch. Korrekt. Nicht flüssig. Meine damalige Ex-Frau von John Carsten Di Madre hat es mir beigebracht. Sie ist aus Libanon. Muy bien. Spanisch verstehst du nicht. Deutsch verstehst du nicht. Was heißt auf Arabisch nein? Das heißt Anna Becher. Dann genau das. Denn wir zahlen nicht. Genau das, ja. Ich hab's dir gesagt und du schaffst es nicht mal zu wiederholen. Du bist doch nicht so sprachtalentiert, wie ich dachte. Sprachtalentiert? Ich spreche zwei Sprachen. Spanisch und Deutsch. Bueno. Ihr werdet nicht zahlen. Das ist okay. Aber komm mit die Konsequenzen, Klasse. Die Konsequenz wird sein, ich nehme die Leute, ich nehme die Eres, ich nehme die Isco. Und dann kannst du das tun, was du sowieso vorhast. Deine kleine Familie leiten unter dem Vorwand, dass du der Liederschafter der Familie bist. Das ist also mein Ziel. Das hat Heres gestern gesagt. Und dein Ziel ist es, Heres Gläut und Isco zu nehmen? Mhm. Wieso nicht? Sag mir ein besseres Ziel, Mendez. Andale, was sind deine Ziele? Die Waffenrote? Keine Lust mehr auf die Schallplatte. Leg mal eine neue ein. Was sind deine Ziele, Mendez? Achso. Meine Ziele ist meine Zeit, die an die Spitze zu bringen. Ah, ich spiel mal eine neue Schallplatte ab. Die, das an die Spitze zu bringen, das kennt man doch schon die ganze Zeit. Versuch doch mal ein bisschen von unten Scheiße zu fressen. Wir sind am Scheiße fressen. Wenn die sich verteilen, schießt die nieder. Holt die mal rein. Ihr verteilt sich in meinem Scheißhaus keiner. Mr. Bittker meint, wenn die sich verteilen sollten, sollten die abholen. Wenn die sich verteilen. Mhm. Also Mendez, kannst du mir jetzt endlich mal eine neue Schallplatte geben? Ich brauche eine Vorlage, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Schallplatten sind dein Ding. Jetzt kriegst du schon hin mit den Schallplatten. Und was sind dein Ding? Zäh dir Roms. Ansonsten mach's wie immer und spiel einfach dieselbe wieder ab. Besser als gar keine abzuspielen, so wie du. Da kannst du ja dann zu ihm fahren und ihm sagen, dass er ein Einhorn ist. Was? Oder du kannst ja Brommel anrufen und ihm sagen, dass er eigentlich der Führer von Odysseus ist. Tja, ich sag dir mal was über Schallplatten, Mendez, und das solltest du dir endlich mal in den Kopf reinbringen. Ich bin vielleicht eine Schallplatte. Aber ich bin die Schallplatte. Ich bin die Schallplatte, die man hören will. Also sei nicht so traurig. Deine eigene Familie will nicht ich haben und das weißt du. Ich bin untröstlich. Was denkst du? Was denkst du, wie viele Leute in deiner Familie dich haben wollen, außer dieses Gesocks, was du da reingeholt hast? Und jetzt geht's schon wieder los. Nein, das stimmt nicht. Ich interessiere mich nur für meine Feinde. Und das solltest du auch mal lernen. Ja, meine Feinde behalte ich im Kopf. Meine Feinde studiere ich. Meine Feinde, darüber kläre ich mich auf. Ist das denn so falsch, sich über seine Feinde einen Kopf zu machen und darüber Gedanken zu machen, wie man sie entschärfen kann? Oder sollte ich meine Feinde außer Acht lassen und sie unterschätzen und nicht mehr über sie reden, nicht mehr über sie nachdenken, nicht mehr sie aufsuchen, nicht mehr sie beobachten, ne? Denk mal nach. Du gibst Halat in Auftrag, auf mich zu schießen, während ich am Würfpark stehe. Wann habe ich ihn in Auftrag gegeben? Hast du nicht gerade mitbekommen, dass ich gesagt habe, was macht er ihr und er sagte, ich habe ein Geschenk für sie? Wieso gehst du davon aus, dass ich ihn in Auftrag gegeben habe, Mendes? Weil er das gesagt hat. Hast du das gesagt, Halat? Nicht ein einziges Mal. Er wurde hier vor ihnen wieder stabilisiert, Mr. Bitcoin. Ah, okay. Du hast zu ihm gesagt, ich mache für sie das, was ich will. Ja, das ist... Und dann hat er gesagt... Weil ich gesagt habe, pinkele ihn an. Dann hat er gesagt, pinkele ihn an. Dann hat er gesagt, ja, würde ich auch machen. Boah, diese Schlussfolgerung, Mendes, Mann. Ich wünsche dich, wer wie du... Das bedeutet, irgendwie muss er ja hierher gekommen sein, richtig? Also als ich gefragt habe, was macht er hier... Also irgendwie muss er auch die Idee gekommen sein, auf mich zu schießen. Wow. Ich wünsche euch ja deinen Kopf. Du bist noch sehr jung, Mendes. Dein Kopf funktioniert noch. Meiner ist ein bisschen alt. Meiner funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Wirklich? Komisch, dass ich seit Jahren ganz oben bin. Bango. Wo denn? Naja, ich habe die höchste... Wo bist du denn ganz oben? Ich habe die höchste Position hier in Kiel. Und da vorne in Los Santos. Was willst du tun? Du kommst hier hoch auf meinen Berg. Wovon ich dich jederzeit runterschicken kann. Soll ich dir sagen, wann du offiziell meinen Platz übernommen hast? Nimm mir mein Anwesen weg. Wenn du das schaffst, dann bist du die Nummer 1 hier. Vorher hältst du deine Fresse und frisst Scheiße. Scheiße auf dein Anwesen. Wer will denn einen komischen Berg haben? Oh, Merda, dieser Berg ist Macht. Und das weißt du. Hey, Amsterdam, ohne diese Sachen. Dann sag du mir doch mal, was dich... Was macht dich denn zur Nummer 1 hier, Mendes? Ich habe gesagt, unser Weg ist es, die Nummer 1 zu werden. Und ich habe nie gesagt, dass wir es momentan sind. Okay, du hast ja schon öfters gesagt, dass du die 1 bist. Du hast ja gesagt, du bist der Patron der Stadt. Was hast dich dazu gemacht? Deine starke Familie? Ja, meine starke Familie. Und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du brauchst starke Leute, ich nicht. Du brauchst die Stärksten der Stärksten, Merda. Die für dich kommen und die deinen Dreck wegfegen, Merda. Du redest dir Sachen ein. Du redest dir Sachen ein. Was, ich rede? Du redest dir Sachen ein. Du sprichst und sprichst und sprichst. Du redest dir Sachen ein. Fakt ist, dass in dieser Stadt das Oktogramm sowie Kanonen über dir stehen. Aber du kannst das nicht einsehen. Du akzeptierst das nicht. Deswegen redest du dir irgendwelche moralischen Aspekte ein, die aber nicht existieren. Das Oktogramm? Das Oktogramm hat jetzt aber immer meine Steuern gezahlt. Was redest du? Und du gibst ihnen die Waffen um die Hälfte. Emcovic, dankeschön. Wer hat in diesem Fall Gewinn gemacht? Aber die wussten davor gar nicht, du Vollidiot. Und dennoch haben sie es bekommen. Was für eine Scheiße. Das Oktogramm nimmt dich nicht ernst. Das Oktogramm sitzt da unten in ihrem wunderschönen Haus und nehmen dich nicht ernst. Eins Kanonen, zwei OGs, ich bin der Nummer drei. Du bist nicht mal die vier. Du bist nicht mal die vier, Mierda. Verstehst du das, Mendez? Solange mein Kulo auf deinen Scheißkopf sitzt, ist bei mir alles gut. Dann sei die Nummer drei. Verstehst du das? Mein Kulo ist auf deinem Kopf. Also besser mi Kulo. Tschu Chagüero. Aber rede nicht von der Eins, rede nicht von der Eins. Wenn du selber bestätigst, dass du es nicht bist. Bitte, 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 Mendez. Mach dir nichts draus. Soll ich dir was sagen? Selbst wenn ich jetzt nach ganz unten fallen sollte. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr ein Patron bin. Und bei irgendeinem in die Liederschaft gehe. Vielleicht nur ein Soldado bin bei denen. Habe ich meine Legacy gehabt. Und sie zeigt, dass du unter meinen Scheißfuß bist. Verstehst du das? Kannst du das verstehen? Weißt du, wer eine Legacy kaputt machen kann? Wer? Derjenige, der diese Legacy aufgebaut hat. Mach weiter so, Bitcoin. Du bist auf dem besten Wege, deine eigene Legacy kaputt zu machen. Wirklich? Und wer hat sie aufgebaut? Wer hat sie aufgebaut? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Der, der sie aufgebaut hat, macht sie kaputt. Wenn du sie kaputt gemacht hast, dann hast du sie aufgebaut. Was hältst du für du mit dem Halt? Ganz komischerweise habe ich sie nicht alleine aufgebaut. Ich habe sie aufgebaut mit meiner Liederschaft und mit meinen Männern. Das war nämlich eine Fundfrage, du Vollidiot. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass Liederschaft ein unglaublich hässliches Wort ist? Ja, hast du gesagt. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du unglaublich hässlich bist? No, hast du nicht. Dann ist es jetzt das erste Mal, Mendez. Siehst du, keine Schallplatte! Hätte ich für deine Ex-Frau gereicht? Wie bitte? Für meine Ex-Freundin? Ex-Frau? Was meintest du mit Schallplatte? Ex-Frau? Redest du von Ivanov? No, wie hieß sie? Lo-Kina? Lo-Kina, Locus Madre. Und zwing mich nicht, dass ich sie auf dich hetze. Denn das willst du. Um Gottes Willen reicht ja, dass du Hallert auf mich hetzt. Ach wirklich? Deine Schlussfolgerungen sind exakt. Ich habe ihn auf dich gehetzt. Gut. Ihr könnt gehen. Ihr dürft noch weiter atmen. Ach, dürfen wir das? Dürft ihr noch. Wie? Großzügig. Soll ich mich bedanken? No. Wo soll ich es als Selbstverständlichkeit sehen? Du kannst mir 350.000 überweisen. Und weißt du was dann? Und dann kriegt ihr die Hälfte von den Waffenpreisen. Was sagst du jetzt? Jetzt habe ich dir das Angebot gegeben. Überweist mir 350.000. Und ihr zahlt nur noch die Hälfte von den Waffenpreisen. Das heißt, du willst, dass ich mit 350.000 einen 50% Rabattcode kaufe? Korrekt. Du hast doch gerade gesagt, natürlich haben die OGs das gemacht. Weil es schlau war. Na andale. Ihr habt jetzt die gleiche Möglichkeit. Mendes. Ich bin nicht für Schlauheit bekannt, sondern für Sturköpfigkeit. Muchas gracias, Bitcoin, dass wir gehen dürfen. Gali Kartel, wie meine Freude. Hallert. Adios. Mendes. Auf jeden Fall. Natürlich. Sollen wir OGs reinholen? Ja. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Ja. Kanon ist noch über uns, Mr. Bitcoin. Wieso? Mit dem Heli. Wieso? Frage. Wieso? Wieso? Was will Kanon von uns? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was die von uns wollen. Mr. Bitcoin. Tee. Die meinten doch irgendwie, also gestern meinten die bei dem Gespräch, die warten bis morgen, bis sich jemand von uns bei denen entschuldigt oder so. Wegen dieser Situation da bei dem Platz. Aber weiß ich, warum man sich da entschuldigen sollte, ne? War in einem Zivi-Auto und sah rot aus. Hallert, ich bin weg, ja. Tschö. Adios. Grüß, Rio. Walla OGs. Das kann ich euch tun. Bleibt der Zivi oder? Wollen wir warten. Wer ist der Zivi? Der mit dem Grün? Das ist Hallert, das ist kein Zivi. Achso, sorry. Es ist zu mir nett. Es ist zu mir nett, Hallert. Kein Problem. Ich verzeih dir. Komm schon, Oggedeie. Stang auf, diese Scheiße zu spielen. Wie? Was für ein Scheiße? Mr. Bitcoin, was ist los? Sprich ruhig weiter. Okay, ich fang an, ja? Tee. Erstens brauchen wir Waffen. Bitte? Zweitens habe ich eine Frage zu den Steuern. Tee. Aber nicht zu unseren Steuern, sondern zu den Steuern der anderen Familien. Tee. Wir würden gerne den Familien helfen, die eventuell die Steuern nicht zahlen können. Dürfen wir das? Ihr wollt für die bezahlen? Ja. Wieso? Ja, weil die kein Geld haben. Dürft ihr, sieh. Okay, danke. Dritte Sache. Das sind 12 mal 350.000. Auch für Banden? Ja, das sind ja 12, das sind Familien. Banden sind 6. 6 mal 100.000, 12 mal 350.000. Also 600.000 für die Banden. Akin, kannst du mir das bitte überweisen, Bruder? Ja, bitte weiter. Es tut mir leid, ich habe sie unterbrochen. 6 mal 100.000 sind 600.000. Also ich werde Ihnen das jetzt nicht überweisen. Ich wollte nur fragen. Ja, ja, alles gut. Ich sag's dir jetzt. Ich werde da zu Ihnen nochmal kommen. Gibt es 12 Familien aktuell? Es gibt mehr. Aber 12 haben nicht bezahlt. Ach so, es haben 12 nicht bezahlt. Darf ich fragen, wer gezahlt hat und wer nicht? Weil nicht, dass eine Familie sagt, ja, wir haben nicht gezahlt und haben die schon. Und dann kriegen nochmal Geld. Es haben Majestics, Bankers und ihr bezahlt. Gashi. Gashi ist eine Bande, oder nicht? Menes hat nicht gezahlt? Nein, Menes hat nicht bezahlt. Okay. Äh, noch eine Sache. Zus, danke schön. Ich hab gehört, Sie haben einen Zwei-Fronten-Krieg. Wieso? Kanun und Menes. Was? Davon weiß ich gar nichts. Wie? Hermanos. Wie? Er weiß nichts. Welchen vor hast du denn? Hä? Das hat mir Radius gesagt von euch. Boah, die wissen aber was, was wir nicht wissen. Der Tarek hat das gesagt. Ich hab gesagt, das ist Kanun. Hä? Ich dachte, Menes. Ja, das ist Menes. Ihr habt ihn ja hier, ihr habt ihn ja hier anscheinend erschossen. Nein, er wurde von Hallas überbracht. Ich meine nur, das Gespräch ist ein bisschen hitzig. Achso, okay. Verstehe. Klar, kann man falsch verstehen. Ja. Mr. Bitcoin, es ist natürlich nicht leicht, ne? Solltest du zu so einer Situation kommen mit 1 gegen 2 oder 1 gegen 3. Das kennt man ja von Ihnen. Sie kriegen das normalerweise immer gehandelt, aber sollten Sie irgendwo Schwierigkeiten haben, dann kommen Sie bitte auf uns zu, ja? Wir helfen Ihnen immer gerne. Was ist denn los in letzter Zeit mit euch? Ich weiß, Sie sind nicht drauf angewiesen, aber wir helfen Ihnen immer gerne, wirklich. Verstehe. Ja? Sei es geistig oder körperlich, wir helfen euch. Körperlich auch? Sehe. Habt ihr einen Personal Trainer für Loco? Loco, was sagt er? Ich meine das nicht so. Achso. Ich meine so, wir helfen euch. Also, im wahrsten Sinne sofort, wir helfen euch. So, richtig. So, wir würden mit euch kämpfen. Wisst ihr? Ihr würdet gegen uns kämpfen? Nein, mit euch kämpfen. Achso, okay. Verstehe. Ich würde so gerne wissen, wieso ihr, wieso ihr das tut. Was denn? Ja, das, was ihr tut. Was machen wir denn? Sie müssen auf keinen Fall gegen Kali Krieg machen. Ja, warum denn? Wir sind die stärksten Familien. Ne? Sie und danach wir. Deswegen, wir sind ein Vorbild. Hey, Jogadaja. Ich glaube, wir sind ein Vorbild, oder nicht? Die Uwe nie wissen. Was ist los, Jungs? Ich sehe ironisch. Okay. Ich gebe dir eine Chance, sich zu beweisen, was du redest. Also, sie verstehen uns falsch. Nein, nein, nein. Wir sind eher stärker als ihr. Ich befehle euch, greift Menes an. Waren wir doch hier in der Arm schon. Aber schau mal, Mr. Bitcoin. Nein, 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 okay. Sie verstehen das nicht. Wir sagen, wir würden ihnen gerne helfen. Also, wir würden ihnen helfen, mit ihnen zusammen. Nicht für sie. Verstehen Sie? Wir würden ja gerne gegen Menes schießen, aber die hauen immer ab. Die erschießen einen und rennen wieder weg. Wirklich? Wir können nichts machen. Ja, ja. Das ist wirklich hart. Sie zahlen jeden Tag aus. Sie machen jeden Tag irgendeine Scheiße und zahlen jeden Tag aus. Verstehen Sie? Ich hasse solche Familien, die das machen. Das machen die mit uns auch. Aber ihr habt doch auch die ganze Zeit ausgezahlt. Wer, wir? Sie. Bei wem? Ihr habt die Kali Steier bezahlt. Davor habt ihr auch was bezahlt. Aber wir können uns ja auch unterordnen bei ihnen. Weil ich habe gesagt, wir würden gerne ihnen helfen, weil ihr stärker seid. Wir würden uns gerne hochziehen an ihnen. Und zusammen sind wir natürlich stark. Wieso überlegst du für die Familien, diese Kali Steier zu zahlen? Ja, wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, finde ich nicht korrekt mit der Steuer. Meine ehrliche Meinung. Weil es gibt wirklich Familien, die sind im Aufbau. Okay, sie halten die Steuern zwar sehr gering, aber das ist ja wie eine maximale Forderung. Die Steuer, ne? Also das ist ja wie eine Forderung. Verstehe. Genau. Und deswegen, ja, wir haben das Geld. Wir hatten es auch mal nicht. Und wir würden gerne den Familien das ermöglichen. Fünf Millionen sind das. Ja, aber heißt ja nicht, dass wir das für jede Familie zahlen. Für wen dann zum Beispiel? Also ich habe jetzt keinen Überblick über die Familien, wenn ich ehrlich bin. Dann müsste mir Acken nochmal auf die Sprünge helfen. Für Frontend Baller sollen wir auf jeden Fall zahlen. Für Flivid, seine Familie. Die sind gerade hier oder nicht, Romanus? Ja, ja. Holt die mal rein. Also die waren hier gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Die müssen dann auch zu den Geschäftsmeern. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass die die Steuern nicht gezahlt haben. Aber die wollten die Steuern auch nicht von uns bezahlt haben. Denn Bolas hat uns für 10 Dollar mehr, die sie bei Saduna eine Bande bekommen, auf einer Drogenrote, haben die uns verkauft. Für 10 Dollar. Macht das Sinn? 10 Dollar? Ja. Langfristig. Und du meinst Euro? Euro. Euro. Euro, ist zu mir leid. Wie meinst du, wir haben die euch verkauft? Ja, also die haben 10 Dollar mehr, äh, 10 Euro mehr geboten. Die haben 10 Euro mehr geboten als wir. Saduna? Ja, ja. Und die arbeiten jetzt bei denen? Ja, die arbeiten bei denen. Und du willst jetzt trotzdem für die bezahlen? Ja, ja. Was ergibt das für einen Sinn? Wieso nicht? Ich habe das Geld. Mit 100.000? Das hole ich doch in, keine Ahnung, Acken wie viele Minuten? In, keine Ahnung, bringt ein Civi alleine. Ja, also... Acken, bist du nicht derjenige, der gesagt hat, man verdient hier kein Geld? Ich? Du? Man hat ja auch in dem Moment kein Geld verdient. Ja, das war ja keine Scheiße. Mit den Heiden am Steigen, Sto. Man steigt auf die Ausgaben, ne? Komm, hier auf einmal flexen, damit rum, dass ein Civi das bringt. Und vorher... Ja, stimmt, ey. Mit Geld sollten wir hier auf jeden Fall nicht flexen, da haben sie recht. Die sitzen letztendlich auf dem Bitcoin-Tisch. Was heißt das? Ja, also sie setzen sich auf die Bitcoins. Verstehen Sie? Verstehe. Na gut. Okay. Gut, gibt es sonst noch was? Ja, wir wollten Waffen kaufen. Wie sieht es aus? Die Woche ist leider noch nicht rum. Sicher? Ich höre nicht sicher. Der Buchhalter hat sich verrechnet, wollen Sie sagen? Der Buchhalter hat sich auch verrechnet, indem er am Anfang gesagt hat, die machen kein Geld und jetzt sagt die 1 Civi macht das. In ein paar Minuten. Ja, es wurde ja auch geändert, die Wirtschaft, Mr. Bitcoin, oder nicht? Wie meinst du das? Wie kann das geändert werden? Ja. Mr. Bitcoin, das Geld kommt, so Gott will. Deswegen. Wir können auch morgen wieder arm sein. Wir können wieder pleite gehen. Wir müssen ja nicht jetzt kaufen, wir können ja erstmal jetzt schon bestellen. Und dann, wenn wir dran sind. Ja, in zwei Tagen könnt ihr kaufen. Ja, dann machen wir jetzt schon die Bestellung einfach und in zwei Tagen mehr du siehst. Wie viele Waffen wollt ihr? So viele wie möglich. Wenn sie sagen 1000, kaufen wir auch 1000. Was passiert da mir dann, dass ihr so in Geld schwimmt? Wir arbeiten viel. Wir sehen uns. Also die Hälfte von uns ist gerade hier, die andere Hälfte ist auf der Route am Arbeiten. Pff. Deswegen. Also wir machen immer einen Schichtwechsel. Wir können 150 Pistolen kaufen, Litecoin. Ah ne, Pistolen wollen wir gar nicht. Was dann? Behaltet die, weil ihr habt viele Krieger und so anstehen. Behaltet die einfach. Was wollt ihr? Wir wollen im K2. Im K2 können die 30 kaufen, äh, Litecoin. Okay. Ähm, wie machen wir das? Wir wollen nicht die Hälfte Preis, sondern wir wollen einfach die doppelte Menge gleichen Preis. Geht das? Verkauft den 60 für 30 pro Stück. Okay. Wie viel haben wir denn sonst reingekauft? Ja, eigentlich 25. Ich habe euch von mir aus sogar 5 mehr gegeben, waren 30. Kaufen wir. Also, 60, dann, äh, überweist mir jetzt schon mal das Geld, Akin. 60 mal 30.000. Wie war nochmal ihre Telefonnummer? Die werde ich dir nicht sagen, weil du sie weißt. Wie immer die 9? Plus auch, ja. Mr. Bitcoin, was war denn mit den, äh, 50ern eigentlich, die sie uns beim letzten Mal angeboten haben für 3 Millionen? Das, äh, den Deal habt ihr ja leider absolut abgelehnt und deswegen ist er nicht mehr da. Okay, stimmt. Okay. Ich habe dir gesagt, ihr hättet das machen sollen. Ja, einem geschenken. Was? Hm, alles gut. Noch ist kein Geld da, Akin? Ja, der ist gierig, der macht keine Echtzeit. 1,8 Millionen. Yes. Bueno, alles klar. Gibt es sonst noch was? Vigi. Ja. Gibt es noch was, gibt es noch was, willst du was noch sagen? Nee. Mr. Bitcoin, das wäre es, vielen Dank für das Gespräch. Alles klaro. Adios. Ciao. Adios, adios. Ciao, tajun. Ciao, ciao. Adios, adios. Komm mit, Halad. Was sagst du? Ich so miss. Von wem, wen soll ich erst einmal schauen? Von mir. Aha. Dankeschön. Ja, mach wer? Halad, geh einmal in den Poll. Jetzt ist die Frage. Gibt es hier irgendjemanden, der Halad nicht in Kali sieht? Lightcoin? Ja. Sprich. Ja, wie gesagt, von letztem Mal, ich sehe ihn nicht in Kali. Verstehe. Welche Position in Kali meinen Sie? Also. Es gibt keine Position für ihn, außer wenn die Leadership. Das bedeutet, wir hätten eine Leadership, die aus fünf Mann besteht. Und das bedeutet, es wird noch viel mehr Druck auf euch kommen. Aber ich habe auch ein bisschen meine Meinung geändert. Sie haben in eine Borderung gestellt, der soll Kopf von Mendez bringen und das hat er getan. Mendez wusste ja schon, dass es von mir kam. Er ist sehr schlau, Mendez. Und ich bin eine Schallplatte. Mehr bin ich nicht. Lightcoin, wie kann ich denn deine Meinung ändern? Ich bin manchmal schwer, umzustimmen. Aber solange du Mr.Bitcoin überzeugst, habe ich auch kein Problem damit. Was bringst du mit, Halad, in die Familie? Alles, was sie braucht. Wenn ich etwas nicht kann, werde ich es lernen. Bring dir eine Glitch-Wall bei. Das kann ich natürlich. Sehr gut. Kannst du die schon? Ein bisschen. 50-50. Da bist du kein Blatt drin. Weißt du, was es bedeutet, in die Leadership von Kali zu kommen? Sehr viel Verantwortung auf jeden Fall. Das bedeutet, Teil einer Säule zu sein. Die Liederschaft von Kali war bis jetzt unbrechbar. Wenn du ein bisschen, nur ein kleines bisschen Bröcklung in meine Familie reinholst, zöge ich nicht, die in die Fresse zu schießen. Er spielt ans Anwesen rein. Hermanos, ich brauche jetzt nochmal ein paar Worte von euch. Tarek, Reda, Sula. Hallad, ich würde mir einfach von dir wünschen, dass du da bist, dass du aktiv bist, dass du für die Jungs da bist, dass die Jungs immer auf dich zukommen können und dass du wirklich für die Familie auch da bist und nicht irgendwie so sporadisch und nur wenn Mr.Bitcoin da ist, weil wir benötigen jemanden, auf den wir immer zukommen können. Dann schaffe ich, der bist du. Ich werde mein Bestes geben, natürlich, um so oft hier zu sein wie möglich. Hallad, ich sage dir so von mir, also entweder wirst du dieser Familie sehr, sehr viel bringen, du wirst uns vielleicht sehr, sehr weit nach vorne bringen, aber wenn du halt quasi nicht da bist, dann wird das uns wieder sehr, sehr weit zurückbringen. Deswegen sehe ich das so ein bisschen 50-50. Und ich weiß, wenn du da bist, dann wirst du uns nach vorne bringen, du wirst die Familie pushen, du wirst die Moral weiter pushen. Deswegen hoffe ich, dass du aktiv sein wirst, dass du immer da bist. Ich kann euch auf jeden Fall allen versichern, sollte ich in Cardi kommen, werde ich da sein. Sehr aktiv da sein. Kann sein, dass ich ihn aber ab und zu mal auf Reisen mitnehmen muss, Romanos. Damit müsst ihr rechnen. Das ist egal, gezwungenermaßen. Genau, richtig. Ich komme mit Legalfotovideos. Wie sie am ersten sind unterwegs, dann passiert das sehr öfters. Also, falls du heute reinkommst, Hallad, oder ein paar Tage, will ich persönlich von dir, dass du dich direkt wie ein Lieder verhältst und nicht versuchst, dich erst mal mit den Jungs anzutasten, sondern dass du das machst, was du auch bei Dias oder bei Nasadi gemacht hast. Verstehst du? Ich verstehe. Also, dass du dich nicht schämst, direkt zu sein, wie du eigentlich wirklich bist. Weil wir wissen alle, wie du wirklich bist und dann bist du wirklich ein Mehrwert. Ich nehme mir deine Worte zu Herzen. Wenn jetzt niemand mehr was hat, muss ich Hermano reden. Ich wollte noch sagen, Hallad, ne? Also, so das, was ich immer von dir mitbekommen habe, du bist ein sehr lustiger und kommst auch immer sehr korrekt rüber. Lightcoin, Waffe. Das ist ähnlich, wie was du gesagt hast, aber sobald du drinnen bist, so sei ernster und lebe dich halt aus, weil ich glaube, so jemanden, vor dem man so ein bisschen Angst hat und Respekt, weißt du? Bist du mitgenommen, sie was gesagt? Ich brauche eine Pistola. Achso. Ich weiß Bescheid, danke für deine Worte. Ich werde mich daran halten, auf jeden Fall. Und mein Bestes geben. Wir haben ja schon so einen krassen Nachteil, ich sage euch ehrlich, mit unserer Liederschaft. Mit dir sind wir jetzt fünf. Und das tut sich keine Familie an. Das ist wirklich krasser, krasser Nachteil. Das ist auch ein Weckruf für die andere Familie, wenn die das wieder so vormachen, dass auch mal ein Fünfter-Lieder drin ist, dass die nicht alle von oben bis unten nur Schützen einladen. Nein, die nicht machen. Nein, die nicht machen. Egal, wir ficken die trotzdem alle. Schon immer Nachteile, Bruder. Jalla. Und ja, ich sage dir ehrlich, ich sehe dich auch in Kali. Ich wollte dich nur ein bisschen testen. Ähm, ja, ich hoffe auf das Beste. Dankeschön, Deutkein. Ich hoffe, ich konnte einen Test bestehen. Sehr gut gemacht. Tja. Na gut. Das geht in die Geschichte ein. Ein neuer Liederschafter bei Kali. Ich glaube schon ewig nicht mehr. Das ist ein Blattin. Free Pro Player. Ab jetzt muss er Tomaten essen. Das ist schwer. Marco, dankeschön. Ja, macht ihr das. Leute, ein Prime, aber wir haben Hype-Trade. Elf kannst nur du oder bist zur Blickung geben. Ich mache es. Achso, nein. Ich kann ihn nicht mehr nehmen. Ich bin schon der... Ich glaube, Pro Player, weißt du, dass du den OGs jetzt erzählst. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Er hat kein Interesse mehr an uns. Aber nein, ich glaube, Pro Player ist treuer als manche Leute, die hier drin sind sogar. Jetzt werden wir nachrichten bekommen, wie könnt ihr das zulassen, die Opfer und so. Er sagt, ich sage, dass er raus ekelt, ja. Nein, nein, er sagt, er quittet wieder. Er meint, wir sollen ihn raus ekeln. Aber, dass die Jungs auch Bescheid wissen müssen, müssen wir können, aber auch die anderen Jungs. Ich würde auf jeden Fall, die Jungs, erinnern mal den Urlaub gehen, ja. Dann kann jemand meinen Platz auch ersetzen, sag ich mal. Schütze oder so. Ich werde für eine unbestimmte Zeit in den Urlaub gehen und... Unbestimmte Zeit oder bestattet? Ja, unbestimmt. Und dann mal schauen, wenn ich zurückkomme. Es sind aber keine einfache Dinge bei Momo. Die Frage ist, kannst du das nicht heute schon machen? Kann ich auch machen. Ist auch kein Problem. Das wäre besser, würde uns, glaube ich, mehr passen. Okay. Du musst halt wissen, Loco, ob du noch Lust hast oder ob du auf Kampf hier bist, oder ne? Nein, guck mal, Jungs. Ich sage euch mal, wie ich gerade denke, das ist halt, okay? Ich sage euch so eine Sache, 100%ig, mein Privatleben hat sehr viel verändert. Einfach aus dem Grund, ich bin wie ein neuer Mensch. Ich arbeite... Du hast einen neuen Mensch verloren. Ich will ein bisschen für meine Zukunft sorgen. Ich will ein bisschen für meine Zukunft sorgen. Ich möchte eine gewisse Absicherung haben. Hier ist für mich keine Absicherung persönlich. Und ich will was nebenbei machen. Also eine gewisse Schulung machen und die will ich erstmal in der Hand haben. Dann überlege ich das wieder, ob ich hier wieder komme oder nicht, je nachdem. So halt. Kannst du ja so machen, wenn du jetzt zu tun hast, dann gehst du jetzt Ding. Und wenn du wieder ready bist, dann bist du wieder da. Oder Loco, egal ob du... Jetzt gerade, jetzt gerade habe ich ja... Ich wollte kurz auf du und zu antworten. Jetzt gerade habe ich ja... Guck mal, die Jungs, ich bin gerade hier nur... Ich sage euch ehrlich, bei mir... Guck mal, ich will keine Verantwortung übernehmen. Bin ich euch ganz ehrlich. Also mit Liste und so, das war eigentlich falsch, dass es Mr. Lücke mir die gegeben hat. Ich wollte es versuchen, aber ich weiß es nicht. War nichts für mich, sage ich ganz ehrlich. Ich versuche euch zu helfen. Aber ich weiß, ob dieser Kopffig jedes Mal es wirklich verfickt, nochmal wert ist. Ihr setzt mich da ein, ich versuche mich da einzusetzen, Bruder. Ich bekomme genau die gleichen Antworten wie ihr. Ich weiß es nicht, aber dann... Ich will mir diese Kopfschmerzen gar nicht mehr antun, ne? Mir abzufangen über kleine Pisser hier, die so... Ihr wisst auch immer, was ich meine, so. Und ich bin nur noch hier. Ich bin nur noch hier, Jungs. Ich möchte auch so in der letzten Zeit ein bisschen Spaß haben. Ich will lachen mit euch, mit euch so... So, den letzten Tag genießen, wir müssen ein bisschen Spaß haben mit Like holen. Wissen wir euch meine, so, das ist mein Ziel gerade. So, deswegen bin ich gerade noch hier. So, dass mein... Das gerade... Bei mir ist ein bisschen die Luft raus, ich sage euch ehrlich. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich habe Bock hundertprozentig. Aber das nehme ein bisschen... Also die Zeit ist nicht mal so krass da, weil ich wirklich nebenbei was machen will. Ich war die letzte Woche auf Kampfhaft, sage ich mal, auch mit der Eule, um diese scheiß Grand zu machen. So, wisst ihr, was ich meine? Also die andere City. Abo, Dankeschön. Wollte ich mein Geld zu verdienen. Das habe ich ein bisschen so auf Tasche so. Und jetzt will ich die Schulung machen Ende des Monats. Die geht, glaube ich, drei Wochen circa. Und da muss ich definitiv einen Monat arbeiten, weil ich Sachen abbezahlen muss, Jungs. Weil ich habe mir drei Jahre lang, ich bin seit vier Jahren hier, bis dann wirklich ein Like coin. Und ich habe viel verpasst. Ich habe viel an Sachen, die ich zahlen muss. Und ich muss ein bisschen arbeiten und ein gutes Geld verdienen. Und ich kann nicht darauf angewiesen sein, darauf zu warten, dass mir Leute Geld geben, dass ich meinen Unterhalt finanzieren kann. Ja, Mado? Dings, du hast da auf jeden Fall, wie ich raus, einiges nachzuholen. Und wir respektieren dich nicht weniger, nur weil du im Urlaub bist oder so. Denk das nicht. Nein, nein, Jungs, ich denke das nicht. Für uns, du weißt, was du für einen Stellenwert bei uns hast. Guck mal, Jungs, ich sage euch mal eine Sache jetzt. Wie Mr. Bücker, man sagt ja immer, ihr respektiert mich nicht. Tut ihr, also guck mal, als Leader, ich sage euch ehrlich, Haller wird euch ficken, Bruder. Hier, Bruder, Haller, ihr trennt das. Ich trenne das nicht, ich sage euch ganz offen und ehrlich. Ich verstehe mich mit jedem hier, wirklich, wer ein Problem mit mir hat, kann das gerne sagen. Ich habe keine richtigen Leader-Aufgaben gemacht. Ich war einfach nur da, habe einen Platz besetzt. Und ich habe, wir haben Spaß gemacht. Du hast mehrere Plätze besetzt. Wo Mr. Bücker nicht da war, zum Beispiel, habe ich hier ein bisschen Verantwortung übernommen, zum Beispiel, ne, paar Tage. Da wisst ihr auch Bescheid. Und ich brauche auch wirklich einen richtigen Leader, ne, der wirklich 24 hier ist, eure Sachen klärt, drum und dran. Und da ist Haller auf jeden Fall die richtige Person dafür, hundertprozentig, weil Haller das hier trennen kann. So. Und, äh, ja, so halt, ne. Deswegen. Bruder, inschallah, klappt alles, wie du es dir vorgängst. Inschallah, Bruder, mal schauen. Ich kann auch jetzt gerne rausgehen, Mr. Bücker, also wirklich gar kein Problem. Ohne Witz. Ich werde auf jeden Fall Ende des Monats, also wenn sie sagen, ja, du kannst bis Ende des Monats noch hierbleiben, wir können noch, bis zum letzten Tag kannst du es noch genießen, dann mache ich es. Aber wenn sie sagen, sie brauchen gerade jeden Mann, ne, auch erst recht jeden Schützen, weil sie brauchen gerade wirklich Schützen, dann gehe ich raus. Macht die Kolonne bereit, Romanus. Oh. Ah, das muss ich erst mal umziehen. Seid ihr gleich alle am Anwesen? Ja. Ich möchte einmal, dass alle, die ein Problem mit Mason haben, Mason von Rivera, die mit denen ein Problem hatten. Ich möchte, dass sie gleich einmal alle zu mir kommen. Kann ich direkt anfangen, Mr. Bücker? Ja. Also ich sehe ihn hier ganz und gar nicht bei Kali. Okay, wieso? Ich kann schon was dazu sagen. Wie ich ihn kennengelernt habe, es wird ja hier heute in tausend Jahren nicht reinpassen. Und die andere Sache ist, dass wir noch einen Neji haben, der rein, besser gesagt, der Anwärter ist. Das ist gar kein Fall, kommt Neji rein. Wieso sollte Neji reinkommen? Das war der, der sich die Kali gemacht hat. Der ist doch nicht mal Einsatzhäuser da gewesen. Die ganze Zeit hier. Der stand doch gestern hier und der stand doch vor allem gerade hier. Ester. Was redet ihr, Mierder? Wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Vor sechs Jahren? Der stand vor zwei Minuten gerade hier. Er stand auch heute hier, aber sie erkennen ihn nicht, glaube ich. Zum Zivi. Aber was macht er denn die ganze Zeit? Er wartet aufs Invert. Der wartet. Der hat die Handschuhe gehabt und die sind morgen weg. Seine Handschuhe. Ich habe gesehen, das ist schon lange vergessen. Er ist im Urlaub. Ester kommt in zwei Wochen. Pionier hat wird heute geklärt. Jerry kommt auch morgen. Kann ich was dazu sagen? Sie? Ich habe so viele Menschen hier kennengelernt. Es gibt keinen Menschen, den ich mehr hasse als Mason Soleil. Was habt ihr euch getan gegenseitig? Ich habe kein Persönliches. Gib mir eine Sekunde. Wer ist da? Ich bin's, Fede. Ja, Fede. Was kann ich denn nicht tun? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Haben Sie Zeit? Entschuldigung. Ähm. Gerade. Sie haben ja gesagt, ich soll ja heute vorbeikommen. Ja, das stimmt. Ich rufe dich zurück. Also bis morgen. Nein, nein. Ich bin heute länger da. Okay. Gut, bis später. Ja, rufe mich an. Wenn du es vergisst, dann rufe ich an. Gut, Adios. Okay, ja, weiter. Also ich hatte nie einen Streit mit ihm jetzt so face-to-face-mäßig. Aber ich bin ihm ehrlich, rein menschlich gesehen, ist er für mich das Letzte. Sage ich ihm auch für mich ehrlich. Also für mich, mein Auge hat er zwei Gesichter einfach. Wenn er nützen für die hat, ist er nett zu dir. Und wenn nicht, dann behandelt er dich wie die größte Foto, die rumläuft. Ich sage euch ehrlich, mittlerweile ist das normal, ja? Wenn ich so überlege, wie viele Leute ich hier gehasst habe. Über wen redet ihr? Mason? Ja, die so eine Scheiße gemacht haben, wo ich auch niemals akzeptiert hätte. Nein, ich sage euch ehrlich, der ist einfach... Mason, guck mal, ich kenne ihn schon seit zwei Jahren. Der ist einfach so... Er ist aber ehrlich, so wie man sagt, wenn man in der Familie ist, ist er korrekt, korrekt. Aber er ist halt sehr, sehr frech zu anderen Familien. Also ich muss es gerne sagen. Also er ist so ein bisschen wie du, was das angeht. Er ist wie ich, aber schlimmer. Hat er je gar nicht ein Problem mit dem? Ich habe auch ein Problem damit. Ja, das Ding ist, er hat halt sehr viel Stress gemacht mit den Leuten hier. Aber er weiß halt nicht, wie die anderen das aufnehmen. Er denkt sich im Moment so, die beleidigen mich. Aber ich sage ehrlich, es wird auch viel Unrecht mit denen gemacht. Also was Leute zu denen gesagt haben und so, ich sage bis heute noch, ist gar nicht korrekt gewesen. Also gar nicht vergleichbar, was er gemacht hat, dass man so beleidigt. Also ich habe kein persönliches Problem mit ihm, aber ich bin einfach der Meinung, dass wir irgendwie auch irgendwo genug Leute von Rivera jetzt bei uns haben. Weil irgendwo sollte es immer noch Kali bleiben und nicht Rivera. Das ist ein dummes Argument. Irgendwo sollte es Kali werden. Aber wir haben ja jetzt, wir haben jetzt schon so viele Leute von Rivera aufgenommen. Und wir haben noch zwei, vier, sechs Leute auf der Anwerterliste. Wie soll das funktionieren? Ich kann Ihnen nicht mal zwei Namen nennen, die raus sollen aus der Liste. Das Problem ist, wir holen immer mehr Leute, ohne den Platz dafür zu haben. Ja, aber das sagt ihr jetzt. Aber dann, wenn wir die ganze Zeit 20 Mann sind, regt ihr euch ganz auf, dass wir keine Leute zu machen haben. Ja, aber wir sind doch keine 20. Wir sind doch 25. Als wir 20 waren, haben wir doch... Was waren die letzten sechs Tagen? Was haben wir gemacht? Wir haben eine Aktivitätssätze geführt und Leute sind deswegen geflogen. Und wo wir 20 waren, haben wir uns ja gekümmert um die Leute, die wir brauchen. Wie ein Brooklyn, wie ein Eiji, wie ein... Es wurden doch drei Wochen, wo du um Eliezer gekämpft. Ich weiß nicht, was du da sagst. Guck mal, die Sache ist, guck mal, wenn ich offen, also wenn ich ehrlich bin, ich weiß, dass meisten Reihen für Kriege und so Vorteile bringt. Das ist mir klar. Ich weiß, dass er aktiv ist, aber ich sage ehrlich, ich habe rein menschlich einfach keinen Bock auf ihn. Weil keiner spricht ihm auf, dass er ein krasser Schütze ist und dies und das. Aber ich habe menschlich einfach gar keinen Bock auf den. Bin ich echt offen und ehrlich. Hast du den schon mal persönlich kennengelernt? Ja, Bruder. Oft genug, oder? Also ich genauso, ja. Also wenn wir es gleich schon. Hat er Kinder geschlagen? Was hat er gemacht? Wir haben uns gegenseitig beleidigt, alle beim Fighten. Also... Oder war mit Dego? Also das mit dem Leidigen ist nicht mehr so schlimm, aber... Ja, und dann sind irgendwelche Bilder rumgeflossen? War das besser? Welche Bilder? War das besser, dass irgendwelche Bilder rumgeschickt worden? Das kam aber nicht von Leuten, die... Nein, nein, ist mir scheißegal. Wenn das jetzt ein anderer gemacht hätte, mit einem von euch, was hättet ihr mit ihm gemacht? Wenn man sowas bei mir gemacht hätte, hätte er alle OZE gefickt. Ja, bitte. Bitte. So, aber das Ding ist, Beispiel ich persönlich als Mr. Bitcoin, ja? Ich habe auch ganz Kali beleidigt beim Fighten, ganz Kali hat mich beleidigt. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um das rein Menschliche. Weil ich hatte auch Probleme mit Tariq, ich hatte Probleme mit jedem hier. Aber trotzdem wusste man so... Man konnte dem Ganzen eine Chance geben, aber bei Mason vieler Chance. Keine Ahnung, ich rede nur IT. Ich weiß es nicht. Wie wir den haben, Mr. Bitcoin? Ja, schon. Ja, worüber reden wir dann? Ja, ich rede darüber, weil ich will trotzdem wissen, was da passiert ist. Also, beziehungsweise, weil ich hatte zu Mason gesagt, ich will einmal, dass wir alle reden miteinander. Ich glaube, ich habe den meisten auch gestresst mit ihm, Mr. Bitcoin, Mason. Er ist, also wenn er wirklich ein Feind ist, ist er der größte Bastard. Ich glaube, das ist jeder seine Meinung. Ich kenne nicht so einige, die das auch sind. Das ist richtig. Das haben wir schon übertroffen, was das angeht, ja? Neji, wenn Duan ein Feind wäre, wäre Duan auch der größte Wichser zu uns, ne? Duan war auch der größte Peach damals, aber... Aber guck mal, wir müssen so denken, Neji, also Neji habe ich auch sehr viel Beef gehabt, Bruder. Wenn er bei uns ist, dann ist er für uns. Verstehst du was, meine Bruder? Wenn er bei jemand anderen ist, dann ist er 100% gegen uns, beleidigt uns, wenn er sein muss, trash-dockt uns, wenn er sein muss. Solange er uns, sag ich mal, im menschlichen Sinne nicht Unrecht getan hat, dann sollte man ihm die Chance geben. Aber man muss auch... Aber es kommt mir auch so vor, dass man einfach... Ich mag Mason nicht. Ich mag ein bisschen wirklich selber nicht, ne? So? Persönlich, aber ich würde ihn nicht, sag ich mal so, ihm sagen, ey, komm ich in die Familie, weil... Loco, weißt du, was die Sache dabei ist? Guck mal, alle, sagen wir mal, wo man gegeneinander damals Kriege geführt hat und so, diese Streitigkeiten haben dazugehört. Man hat gesagt, ja, der ist ein Wichser, der ist ein und der ist ein Dies. Aber selbst wenn man Mason gut war, hat er einen quasi gefickt und das... Hat dich geschildet, hat dich trotzdem konversiert und diese Füße. Loco, ich bin gut mit dir, wir sind den getrennten Frax und dich triggert dich trotzdem die ganze Zeit, obwohl wir uns eigentlich verstehen und sowas kann ich gar nicht ab, so. Ja, guck mal, er ist halt, er ist schwierig. Also der Typ ist schwierig, eine Million Prozent. So, weißt du, was ich meine? Aber... Man kann ja trotzdem mit ihm reden, so... Aber ich soll sagen, mir, da manchmal kommt es auch drauf an, mit wem Menschen sind, wie sie dann sind. Ich sage euch, unter gewissen Umständen, wenn ich mit anderen Leuten bin, könnte ich auch eklig werden. Es kommt darauf an, mit wem ihr seid. Das ist so. Guck mal, ich bin der Letzte, ich bin der Letzte, der sagt, gebt dem und dem keine Chance, weil mich wollt, du und mich wollt selber keiner hier haben, weil wir auch... Hunde waren, so, was sowas angeht. Wir sind auch sehr provokante Menschen, deswegen, ich will nicht sagen, der verdient keine Chance, weil ich habe auch eine Chance bekommen, Karli. Weil das hier jeder, so viele waren von uns. Ja, ich verstehe, das ist... Aber guck mal, die Sache ist, die Sache ist, ich habe keine Lust, dass Mason hier reinkommt und komplett Unruhe reinbringt und sonstiges. Von mir aus, ich bin offen dafür, mit Mason zu sprechen. Ich bin offen dafür, ich sehe ihn nicht, bei Karli. Ich schaue nicht. Das Ding ist, bei ihm ist auch die Sache, ich sage euch ehrlich, ihr wisst alle, wie ich bin. So, ich habe eben meinen Grundgedanke über ihn und wenn er dann hier in Karli ist und mir dann auch auf den Sack geht, ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, ist das Problem. So, kann sein, dass ich direkt bei der ersten Aktion direkt einen roten Kopf auf ihn kriege. Darauf habe ich keine Lust, dass sowas überhaupt zustande kommen kann. So, aber wenn er gleich kommt, kann man ja bestimmt mit ihm reden, so. Und seine Sichtweise, jedenfalls, es gibt es immer zwei Sichten. Wenn er schafft, unsere Punkte zu widerlegen, dann sage ich nichts. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, Mr. Bitcoin, ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen bin ich dagegen. Tarek, wieso du? Ich habe mir das ja gesagt gehabt. Also ich habe nie einen Konflikt mit ihm persönlich. Ich glaube, ich war ja selber mit ihm in meiner Familie. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass er ein bisschen anstrengend sein kann. Aber das ist kein Grund, den ich in die Familie aufzunehmen. Aber ich denke, es gab es noch nie irgendwie bei jemandem so viel Aufruf wie bei Mason. Und ich bin immer dagegen, wenn jemand in die Familie kommen sollte, der Unruhe bringt. Das wäre selbst wenn hier ein Diego stehen würde und sagen würde, ich bin dagegen. Und abgesehen davon, wie ich ihn bereits schon gesagt habe, wir haben zwei, vier, sechs Leute, wenn nicht sogar sieben mit Jamie, der Wirt aus dem Unruhe zurückkommt, die rein müssen. Und ich kann dir nicht eine Person sagen, die jetzt aus der Liste raus soll. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Platz machen sollen. Und das, also das steht sowieso außer Frage, lieber würde ich fünfmal Leute von uns nehmen, anstatt ein Mason. Also vorziehen. Ich verstehe. Aber ich würde gar nicht noch was sagen. Ich verstehe aber komplett die Jungs. Also das ist halt, deswegen, ich kann, ich will eh gar nichts dazu sagen, weil bei mir ist nochmal was anderes, weil ich war noch nicht schlecht mit ihm, weil ich nur mit ihm war, wissen Sie? Aber weil Sie sollen die Leute was sagen, die was Schlechtes sagen und die Leute, die was Gutes sagen können, sollen nichts sagen, er gibt keinen Sinn, deswegen solltest du reden. Ja, aber ich, wenn die Jungs mir sagen, die haben was gegen den und so, dann bin ich für die Jungs, dann sage ich so, dann, weil ich will nicht Leute, dass Leute reinkommen, auch wenn das meine Kollegen sind, die Unruhe reinbringen. Boah, du hast ihn jetzt nicht gut verstehen. Wenn ein Dach, der mir sagt, er kann sich gar nicht mit dem verstehen, sage ich selber, dann soll er nicht reinkommen. Boah, du hast mir gesagt, er war es aus Liebe zu dir und so weiter, ne? Aus Liebe zu dir, ich würde mit Mason und so sprechen, ne? Einfach wegen dir, wegen Larry und so weiter. Von meinem eigenen Interesse würde ich das nicht tun, aber, Bruder, ich verstehe euch auch, ihr seid gut mit ihm, deswegen, ich verstehe euch auch, dass ihr ihn hier haben möchtet, deswegen wäre ich auch offen dafür, mit ihm zu sprechen. Sag euch, du, er hat sich selber gefickt halt die letzte Zeit so, die letzten ganzen Zeiten so, dass er gemacht hat. Ja, stellt euch mal vor, wir können ihn da rausholen, stellt euch mal vor, wir können ihn da rausholen und aus ihm wird er ein Besserer. Dann haben wir auch was Gutes damit getan. Ja, aber dann musst du auch sein Wort geben, dass er sich bessert, so in der Hinsicht, ne? Wer will was sagen? Mogli, bist du's? Äh, sieh. Also ich finde, um ehrlich zu sein, die Argumente waren bis jetzt irgendwie komisch, weil bei Duan und Dati, bei euch war genau dasselbe, bei euch haben wir auch gesagt, ihr bringt Unruhe rein, haben euch trotzdem reingeholt, ihr habt bis jetzt keine Unruhe reingebracht, bei Westen wurde genau dasselbe gesagt, bei Tiger wurde damals auch genau dasselbe gesagt, bei, keine Ahnung wie vielen Leuten hier wurde genau dasselbe gesagt, Donatello wollten wir damals auch nicht haben. Also ich persönlich, ich sag ehrlich, ich mag Mason zwar nicht, aber wenn wir mit denen einmal reden und denen, ich sag mal, einfach eine Woche Probezeit geben und mit Missabit können dann halt reden und je nachdem dann entscheiden, ob er drinnen bleiben kann oder nicht, wäre halt dann meiner Meinung nach in Ordnung, wenn wir das halt in einem Gespräch klären könnten. Aber er müsste dann auch vorher mit Pinguin noch reden, weil mit denen hat er sich am meisten gestritten, glaube ich, von allen und ja, keine Ahnung. Und bis jetzt das beste Argument, also was wirklich richtig, richtig war, war, dass er sich, wenn dann auch ein bisschen weiter hinten anstellen muss, dass erst mal die Urlauber jetzt jeden ein, zwei Tage wieder reinkommen halt. Und dann, aber es war doch nicht mal die Rede, glaube ich, von Mr. Bitt können das ja direkt reinkommen. Nein, ich meine, aber das war halt das Einzelne, wenn er reinkommt, dann muss er halt erst mal warten. Mogli, der Unterschied zwischen Dorn und mir jetzt unter der meisten ist, Dorn und ich habe nie Leute beleidigt, mit denen wir gut sind, Bruder. Und das ist ja der einzige Kritikpunkt, den ich am meisten habe. Aber aus eurem Rat wird gesagt, ihr habt eure eigenen Leute beleidigt, wenn ihr mal Kämpfe verloren habt. Achso, ja, da haben wir die beleidigt, aber ich meine, ich meine ja zum Beispiel, wir beide ja zum Beispiel, ne, bevor ich Kali war, sagen wir mal, wir wären gut gewesen. Also was heißt gut, wir haben uns verstanden und ich schreibe dir und stichle dich die ganze Zeit, obwohl wir eigentlich korrekt miteinander sind. Solche Dinge checke ich einfach nicht. Das ist aber das hier, das ist, darum, ich schwöre, ich will dir kein Ding, aber ich sage euch, er ist einfach, das ist von Person aus so. Aber ich weiß, wie du denn selber herkommst und redest. Ja, wir reden ja aber erst mal, Mr. Bitt kann das doch gesagt, wir sollen da sagen. Also ich habe nicht mal zu Meissen gesagt, er soll zu uns kommen. Ich habe mit ihnen geredet, ich finde, er passt zu mir. in die Familie und wir sprechen mit euch. Denkt ihr, ich habe ihnen gesagt, komm in meine Familie, habe ich nicht gesagt. Also wenn sie ihn sowieso drin haben wollen, dann werden wir ihn auch nehmen. Also das steht außer Frage. Also das wäre gut, wir haben einfach mal ein Gespräch, einfach, ja. Ich bin für Wasim und für sie halt offen, mit ihm zu sprechen, so. Ich glaube, du an Tarek und so weiter auch. Also wie gesagt, ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Also wenn er von sich aus selber sagt, dass er wartet und nicht irgendwie auf Fischig macht und versucht jetzt hier nächste Woche reinzukommen, sondern wartet, bis alle unsere Jungs drin sind, dann kann er gerne hier antanzen. Dann lass den erst mal dazukommen und dann können wir das gleiche wiederholen, so. Also ich denke, Hass auf ihn hat hier keiner, aber einfach Abneigung haben viele. Aber das ist... Er sagt, ja, ich hasse ihn. Okay. Aber Abneigung und das Ganze haben wir doch bei jedem hier. Ist aber dati, oder du weißt, das ist das Ding. Du weißt halt nicht, ob jemand davor Hass auf dich hatte, weißt du, weil viele reden. Ich möchte, wo du reingekommen bist, vielleicht hat ein Beispiel ich, ich hatte auch eine Abwechung zu tun. Ja, ja, ich hab immer so gegen. Zwei Tage aus dem Urlaub zurück. Ja, ist so. Ja, und das ist auch gemeldet für ein bisschen, wie gesagt, ich kann gern mit ihm reden, so. Ja, darum. Weil ich habe nie wirklich mit ihm was zu tun gehabt, checkst du, aber es war immer so. Ja, ich habe das selber mitbekommen, ich habe das mitbekommen, aber er hat selber, ich habe selber darüber mit so Themen über ihn geredet und er hat selber gesagt, äh. Guck mal, Rossi, ich war korrekt zu ihm, ne? Ich weiß, du an, ich habe das mitbekommen. Ja, aber das ist, darum du an, ich sage ja, darum sage ich ja, wenn ihr unbedingt so sagt, ihr könnt, ich könnt gar nicht so. Aber ich bin einfach nur für mich, darum sage ich ja, für mich so, ich kann euch sagen, ich kann ja nur sagen, was ich weiß von ihm, weil ich ihn zwei Jahre kenne. Er ist eigentlich nicht so, also wenn du jetzt, wenn du jetzt ein KD sein würdest, würde ich sagen, würde jeder würde sich, mit dem verstehen. Hallad willst du auf eine scheiß Hochzeit gehen? Was denn? Warum? Weil die Schuhe, sie werden dir nicht geduldet, du trägst meine in Braun. Die Schuhe, die Schuhe, diesen Menschen, um Style-Engleis, ne? Also diese verdammte Mierda will irgendwo Hallad tanzen gehen auf einer Hochzeit. Aber wenn er mich, wenn er mich in Ruhe lässt, Bruder, ich habe nichts dagegen. Okay, Red Light ist da, glaube ich. Wir wollten auch mit uns Remis Red gehen. Und da klingelt hier schon jemand, kann hier jemand nachgucken gehen? Das Problem ist, wir haben eigentlich keine Zeit, ich sage euch ehrlich, wir müssen Leute tothauen gehen. Heute wollte ich eigentlich wenig reden, wir haben viel zu viel geredet bis jetzt. Ja, geht schnell, glaube ich, mit denen. Die wollen sich nur kurz vorstellen, glaube ich. Herr Bitcoin. Wie? Ja, ja. Ich muss deinen Namen nennen, der heißt Hallad Azadi. Hallad Coin, hört sich besser an. Bis sie mit denen reden, ich gebe mal diesen Mann... Sag mal deine Ad. Ja, warte, warte, er braucht mal, ich muss seine Ad geben. Nein, ich muss den selber, ich muss das sehen. Nein, es geht um den Namen. Kein Name. Achso. Er sieht aus wie so ein gefangener Mediziner einfach. 109. Jetzt bist du ein Coin-Haller. Mr. Bitcoin, ich will dir noch eine Sache noch sagen, das ist die letzte Sache. Mason, ich würde da eh erst mal, weil sie meinten ja selber so, wenn, dann würde es erst mal ein Gespräch geben. Und ich würde erst mal in den nächsten Tagen so ein Gespräch machen, dass jeder sich erst mal ausspricht und dann erst mal Zeit lassen. Wissen Sie, was ich meine? Das war ja bei mir auch so. Ich habe ja geredet, habe mit den Jungs alle einzeln geredet und habe dann ein paar Wochen einfach... Wenn ich ihn haben will, wird er nicht ein paar Wochen noch an Menace bleiben müssen. Mr. Bitcoin. Dürfen, von mir. Mr. Bitcoin, darf ich mir was ausrichten von Tiger? Sie? Er sagt, wenn Mason kommt, wird in jedem Fall das Caller-Auto explodieren. Welches Caller? Seins? Meins, meins. Er wird nicht, ob ich den tut. Mr. Bitcoin hier. Ich habe gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Merda-Folgen anguckst. KingKenns.de. Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Merda10.